Ja, war das ein Gaudium bei den Winnern. Das war richtig lustig. Der andere musste ich rauskommen wie noch nie. Also wenn ich den Höhle, den er plötzlich kann, dann sitze ich auf den Ufer und dann ritte ich mit dem bis auf China runter. Und ich werde Chef-Ausbudler in Tansania. Und dann stecke ich meinen Kopf den ganzen Tag in den Sand. So! Also wie genau? So! Einfach! Jetzt muss ich euch noch etwas zeigen. Das wüsst ihr noch gar nichts. Was? Ich kann ja noch die Flöte spielen. Was? Was kannst du? Ja, 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 ja. Ich werde ihn hören. Schau auf, passen. Hm? Was bist du? Das magische Ding? Ja, ja, das magische Ding. Sind wir bereit? Ja? Ja? Wow, das ist ja sagenhaft schön. Du hast ja ein richtiges Talent für Musik. Verständlich, wie du denkst. Ich würde am liebsten etwas tanzen zu diesem Sound. Kannst du tanzen? Das ist eine gute Idee. Dann kann ich Ihnen zeigen, wie ich es in Afrika gelernt habe. Leute können ja auch tanzen. Können wir noch Musik haben? Ja? 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 Ja, das ist ja auch so. Ich glaube, die, die hier hinten sind, machen das Dance-Paddle noch besser als wir beiden. Ich hab's gemacht, wo ich's gemacht habe. Ja. Geh mir noch einen Schlummi, Gunner. Ich will euch noch einleiten, so mir heute zum Schlummi. Ah, du möchtest einen Willen, Katja, wie du? Oh, 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 oh. Ihr sweeps, weep, levin' won't you put it on me. Keep me coming cause you know that I need. You give me love, I'll give you everything that you want. So I need your love right now. Your sweeps, weep, levin' won't you put it on me. Ja, ich bin ein One-Hit-Wonderer Ich bin ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020